Ihr seid zurück und gerade rechtzeitig. Die Stimmung der Aschländer hat sich verfinstert, seit ihr losgezogen seid. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich hier noch bleiben kann. Sag mir, habt ihr irgendetwas im Grab mal gefunden? Ist das bei den dreien? Das ist Calderas, der legendäre Speer der Hilerane. Ich habe Abbildungen gesehen, aber ich hätte nie gedacht, ihn einmal in Händen zu halten. Bemerkenswert. Hat mein Ahnherr gesagt, warum er wollte, dass ich ihn bekomme? Ich werde meine Ahnen ehren. Haus Hileran steht tief in eurer Schuld, mein Freund. Vielen Dank. Weiße Mütter, verzeiht meine Eile vorhin. Ich wollte nur unbedingt meine Ahnen wiedersehen. Dieser Speer. Ich spüre... Wo habt ihr den denn her? Unser Freund fand ihn im Grabmal meiner Familie. Er gehörte meinem Ahn, Dranoth Hileran. Dranoth? Weise, ist das... Ja, der Unbesungene. Getilgt aus unserer Geschichte, als er seine Familie von den Pfaden der Geloti führte. An der Seite eures Volkes gegen Ska, nicht wahr? Er nahm diesen Speer, um die Bestie zu fällen. Ja. Dranoths Familie, eure Familie, waren einst Clanfreunde. Als Dranoth den Pfad verließ, schlachteten unsere Aschkane ihn und seine Leute ab. Etwas, was uns bis heute quält. Wir sprechen nur selten davon. Ich habe keinen Streit mit den Stämmen, aber meine Ahnen haben hier einen Anspruch. Aldrun Vah ist unsere Heimat. Auf keinen Fall. Die Häuser holen sich das Land, das uns nährt. Sie werden uns nicht auch noch Ska entreißen. Weitseherin, ich will niemanden verdrängen. Ich heiße die Viloti an meinem Tisch willkommen. Eure Pilgerreisen, eure Steingräber, eure Feierlichkeiten, alles wird bleiben, wie es ist. Ihr habt mein Wort. Die Sünden der großen Häuser waschen nicht den Anspruch des Unbesungenen fort. Die Viloti ehren die Vergangenheit, selbst wenn es unbequem ist. Siedelt euch hier an, wenn ihr wollt, Sohn des Dranoth. Ich bete nur, dass Ska groß genug für uns beide ist. Vielen Dank, Weise. Ihr ehrt mich und meine Ahnen. Ich schwöre, eurem Volk denselben Respekt zu zollen. Vielen Dank.